Ein Hypothekenberater ist ein Finanzberater, der Menschen Finanzberatung über Hypothekenkredite gibt. Mit anderen Worten, ein Hypothekenberater hilft Menschen, eine geeignete Hypothek zu finden, zum Beispiel für ein Haus. Ein Hypothekenberater arbeitet im Finanzsektor, etwa für eine Bank. Darüber hinaus kann ein Hypothekenberater als Vermittler arbeiten. Neben einer Hypothek kann ein Bausachbearbeiter in der Regel auch in anderen Angelegenheiten, wie ZB einer möglichen Versicherung, beraten. Da Hypotheken maßgeschneidert sind, ist es sehr wichtig, dass der Hypothekenberater seine Situation gemeinsam mit dem Kunden bespricht. Denken Sie zum Beispiel an den finanziellen Status, an mögliche zukünftige Wünsche und an die familiäre Situation. Um als Hypothekenberater zu einer guten Hypothekenberatung kommen zu können, ist es sehr wichtig, dass alle Daten überprüft werden. Der Hypothekenberater hört zunächst die Wünsche des Kunden mit Neukunden und prüft, ob diese umsetzbar sind. Beispielsweise kann der Hypothekenberater dem Kunden zunächst eine detaillierte Erläuterung der verschiedenen Optionen geben und eine realistische Einschätzung vornehmen, ob der Hypothekenkredit für den Kunden realisierbar ist. Sind der Hypothekenberater und der Kunde gemeinsam zu einer geeigneten Hypothek gekommen, ist es die Aufgabe des Hypothekenberaters, die Hypothek zur Genehmigung durch den Kreditgeber zu beantragen. Der Beruf des Hypothekenberaters kann als spezialisierter Beruf angesehen werden, da Finanzprodukte wie Hypotheken sehr komplex sein können. Ein guter Hypothekenberater muss daher viel Wissen über verschiedene Finanzprodukte haben, denn Hypotheken sind maßgeschneidert. Mit anderen Worten, jede Situation, mit der sich ein Hypothekenberater auseinandersetzen muss, wird anders sein. Wie bereits beschrieben, muss ein Hypothekenberater nicht für Banken arbeiten, da viele Hypothekenberater auch als Vermittler angesehen werden können. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn